Das ist ja toll. Guck mal, was wir alles haben. Das Bauchpoesiealbum. Was ist denn das? Na, kennst du doch noch Poesiealbum. Das gibst du rum und jeder schreibt dir ein Gedicht rein. Und hier schreibst du ein Gericht rein, kein Gedicht. Das heißt, du musst jetzt nicht mehr Anja fragen, sag mal Anja, wie geht das Gericht noch, sondern du gibst ihr das und du musst es reinschreiben und dann kannst du das nachkochen. Das ist ja eine super Idee und toll. Was haben wir? Ja, sag mal, willst du es nicht vielleicht zum Geburtstag haben? Wäre eine Idee. Guck.